Ich nenne jetzt einen Pluton. Der Karkuma, oder? Nein, Kapuzinergräße und Grä. Aber das ist schon so ein Präparat, dieses Anguzin-Ein. Das war schon ein Präparat, weil ich selber noch damals noch keine Kapuzinergräße drin gehabt habe. Aber inzwischen habe ich sie daheim. Die Diagnose auf die Hand und wo ist dann anders? Oder dass ich das Pluton schaue, oder dass ich einen Fußbrief, dass ich einen Dix tue. Die Chirurgen, die kennen das, die verstehen sicher was bei dem Handwerk. Ich war auch dankbar, wie sie die Nasen aufgerichtet haben. Ja, es kann ja das Hand in Hand gehen. Aber es muss, damit niemand ein Geld verdienen muss, damit ich krank werde. Es ist eben ein Krankheitssystem, ein Gesundheitssystem. Nein, aber seid ihr ein Krankheitssystem? Das ist auch cool, weil wir fangen alles wirklich an. Da habe ich auch noch gut zu lernen. Ja. Da sind. Wo ist einfach sein? A? Ein Sprechner? Dann aklst du auch noch. Also ansch Tambtight ist das Kant zu 말고. Ja. Ja, einfach zu Hause gelaufen. Da ist er nicht gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020